Prinz Harry plus Herzogin Meghan, überraschendes Motiv für zweite Dankes-Karte. Jedes Jahr gibt es eine offizielle Weihnachtskarte der Royals und eine, die Fans aus dem Volk als Dankeschön geschickt bekommen. Fotos der zweiten Karte zeigen jetzt, welches überraschende Motiv Harry und Meghan gewählt haben. Nachdem Prinz Harry und Herzogin Meghan für die offiziellen Weihnachtskarten des Palasts ein Foto von ihrer Hochzeit im Mai 2018 wählten, zeigen jetzt aufgetauchte Bilder, dass sie für eine weitere Karte ein anderes, ganz besonderes Motiv aussuchten. Harry und Meghan bedankten sich für Weihnachtspost vom Volk. Wer glaubt, dass Harry und Meghan bei all den Terminen, einer voranschreitenden Schwangerschaft und anderen royalen Verpflichtungen keine Zeit für Volk und Fans haben, der irrt. An seinem ersten Weihnachtsfest als verheiratetes Paar scheint die beiden so viel nette Post erreicht zu haben, dass sie erst jetzt, fast einen Monat nach den Feiertagen, dazu kommen, sich zu bedanken. Feen zeigt Royalkarte auf Instagram. Ein Feen-Account der Royals zeigt auf Instagram, wie sich Prinz Harry und seine Frau bei Sympathisanten aus dem Volk bedanken. Auf mehreren Fotos ist die Karte zu sehen, die ein Fan vom Königshaus erhalten hat. Der Herzog und die Herzogin von Sussex bedanken sich für die sehr lieben Nachricht, die sie an Weihnachten geschickt haben, heißt es unter einem Logo des Kensington Palast auf der Rückseite. Das war sehr aufmerksam von Ihnen und wird von den Hoheiten geschätzt, die herzliche Grüße zu Weihnachten und für das neue Jahr senden. Auf der Vorderseite ist ein Bild von Prinz Harry und Herzogin Meghan auf ihrer ersten Überseereise nach Australien im Herbst 2018 zu sehen. Es zeigt einen lächelnden Prinz Harry, der unter einem Regenschirm steht, den seine Frau schützend über ihn hält. Aufgenommen wurde das Foto am zweiten Tag in Australien, als das Paar eine Farm in Dubu besuchte. Mit diesem Foto machen sie eine klare Ansage. Das Foto zeigt das Paar nicht nur in einem besonders liebevollen Moment, es sendet auch eine klare Message, egal ob Sonnenschein oder Regen, diese beiden halten zusammen. Prinz Harry strahlt, Herzogin Meghan schaut zärtlich zu ihrem Liebsten auf, das schlechte Wetter und das nasse Hemd geraten bei so viel Liebe in den Hintergrund. Und soll es auch im neuen Jahr bleiben. Prinz William und Herzogin Catherine wählen für ihre Dankeskarte an Fans aus dem Volk ein Foto von Louis Taufe. Für sie stand 2018 ganz im Zeichen der Familie. Für sie stand 2018 ganz im Zeichen der Familie.